hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bussimulator jawohl wir sind wieder am start und ja ich habe die aufgabe endlich geschafft ich habe die 35 prozent elektrobusse gekauft ich weiß gar nicht wie viel geld habe ich jetzt noch 30 millionen ich habe irgendwie vier millionen ausgeben oder fünf keine ahnung es hat ewig gedauert habe ein bus am anderen gekauft und 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 aber wir haben jetzt eine neue aufgabe und leo leo und zwar verbinde sonst in sigwalden und old town mit mindestens einer ausgeglichenen route erstellen eine route mit mindestens elf haltestellen besitze 15 cng busse ich habe durchgezählt ich habe elf und verbessern die stufe von sonnstein auf stufe vier okay dann wollen wir mal loslegen würde ich sagen wir gucken mal dass wir hier eine neue route erstellen was machen wir denn hier so in old town haben wir hauptsächlich lila farben ne hier hätten wir zwei und hier haben wir in dings auch boah gott das wäre das nur kritisch ne eine ausgeglichene route zu kriegen mindestens elf haltestellen naja gut okay schauen wir mal ich würde sagen wo fangen wir an mit der route ich habe gar keine ahnung was hier noch frei ist wir fangen einfach hier mal an okay die können wir schon mal nehmen damit hätten wir schon mal eine route am stil also beziehungsweise eine haltestelle so was haben wir hier noch ja da könnte man auch angehen wäre aber eigentlich ziemlich unklug so wenn wir hier angehen was haben wir hier guck mal hier die hat nur zwei nehmen war so dann einmal nach warte mal hier ja würde gehen auf jeden fall sich mal mit verbunden würde schon mal klar gehen so dann könnten wir von da aus gesehen nach nicht nach hier fahren weil da ist voll da wäre auch voll okay und hier wäre beschissen zu fahren okay alles klar gut dann müssen wir würde ich sagen gehen wir hier ran so dann könnten wir warum nicht einfach die hier mal mitnehmen einfach weil wir es können so jetzt die frage was hier aber wir könnten nach hier gehen weil jetzt auch erst level 1 oder war fast ausgeglichen tone das wort fast aber wir hätten old town sonnstein und hier verbunden das wäre schon mal gut okay dann müssen wir hier hin würde ich fast behaupten gehen wir wenn es geht ja hier hin so dann fahren wir nach hier wenn es geht halt geht das würde sogar gehen ja warte mal aber wenn wir die hier noch mitnehmen die könnten wir auch noch mitnehmen warte mal wie fetten die dann da komplett sinnbefreit okay die lassen wir weg fahren wir die wäre halt eine mega krass große runde naja gut ist egal so hier geht gar nichts was hätten wir denn hier noch haben wir hier noch irgendwas was wir mitnehmen können ja auch nicht wirklich richtig böse die strecke warte mal wie fährt denn da am ende des tages würde darum wieder fahren um wieder zurück zu kommen eigentlich total dämlich ist egal was wäre denn wenn wir hier noch was von mitnehmen die können wir nicht können wir auch nicht könnten wir ja die würde sich anbieten ja dann würde der auch wahrscheinlich clevererweise hier lang fahren um dann gott wie zu fahren ich habe keine ahnung was hätten wir dann lang ich sehe das gar nicht hier würde man dafür lang okay der würde hier auf die autobahn fahren warte mal welche haben wir jetzt angeschlossen die hier technische universität ist die nein an der quatsch hier unten hatte dann würde da lang fahren da lang fahren hier rum darum dann hier lang ja okay ja komm dann nehmen wir die hier noch mit warum nicht oben dann warte mal wo hat man jetzt angefangen da bei der angefangen warte na können wir hier mitnehmen tunikgasse die könnten wir mitnehmen ja hätten wir eine ausgeglichene route wäre okay ne nehmen wir mal automatisch zuwursen nein jawohl verbinde sonnstein die qualm dingens und erstelle eine route mit mindestens 11 haben wir erledigt yes okay alles klar hammer so dann gehen wir auf route 39 und dann setzen wir denen mal einen bus da auf die nase ich würde sagen da können wir sogar direkt zwei busse draufsetzen ne warum nicht was nehmen wir denn da was haben wir denn hier was haben wir denn hier hier hätten wir denn einen cng bus wir haben jede menge elektro busse wir haben jede menge elektro busse wir haben jede menge massig busse die hier für frei sind oder was ne halt warte mal die sind äh gute frage welchen nehmen wir denn hier ach weißt du was wir nehmen hier den Mercedes Benz Taro ja den nehmen wir einmal und wir setzen direkt noch einen zweiten drauf und zwar den MAN Line City warum nicht zack haben wir direkt zwei busse drauf why not vollzeit busse ja läuft alles klar ja machen wir so und dann würde ich sagen setzen wir uns mal in den äh Zitaro rein fahren wir den man juhu juhu läuft doch wie geschmiert Möchtest du übernehmen ja möchte ich dankeschön der bus gehört dir vielen dank sowieso weil hab ich ja auch bezahlt ne so welchen haben wir hier hier so ein games kombos ja kann man machen ne ja ja das ist wirklich so das ist gar nicht so leicht den Frühstücksspekten effekt hinzubekommen also ich selber hab jahre dafür gebraucht so zack haben wir erledigt das bin ich schon es gemacht perfekt ja auf geht's fahren wir mal die Route wahrscheinlich nicht im Ganzen aber hey das Gute ist wir haben jetzt einiges an Sonnstein Haltestellen mit da drin die wir wo ja die uns dabei helfen sonst denn auf Level 4 zu bekommen ne das wird natürlich auch wieder eine ganz andere Nummer aber kriegen wir alles hin ne gar kein Problem für uns so außer ne rote Ampel das ist natürlich ein Problem ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben ja die Ziege war total daneben so dann schauen wir mal ich bin schon schon gemacht fahren wir mal weiter das ist jetzt natürlich hier kein Elektrobus Alter ich bin schon eine Minute zu spät ok so na gut lieber zu spät als zu früh besser zu spät als gar nicht warum bin ich denn jetzt hier schon wieder zu spät wie geht das denn naja ist egal warum fahre ich überhaupt nach Südwalden wo komm lauf aber nach vorne Dankeschön so auf geht's wir fahren nach Südwalden schauen mal wo wir da hin müssen oh das wollte ich sehr gut sehr gut ja ich bin mal gespannt ne ich habe mich gar nicht darauf geachtet wie lange die Route war wahrscheinlich ewig lang aber gut auch soll's aber gut auch soll's aber laut Fahrplan bin ich zu spät ja Entschuldigung kann ja nicht Hexen ne das finde ich immer so geil ne sonst bin ich zu früh auf den anderen Routen 300 Sekunden und bis zu 300 Sekunden zu spät immer was neu ist ne also diese diese Routenberechnung ne also die Zeit zwischen den Haltestellen das habe ich immer noch nicht geschnallt wie ich das mache absolut nicht ich meine andererseits ne müsste man das ganze mal fahren um dann mal um zu gucken ja wieviel Minuten ungefähr brauche ich überhaupt bis dahin ich habe in den Sonnstein bei der Sonnsteinroute da da war er ständig 300 Sekunden zu früh 2 auf in einem also das müsste man da irgendwie wahrscheinlich einstellen oder sowas naja gut egal wir fahren jetzt erstmal und gucken mal die Gäste die Fahrgäste warten ja hier ist ja alles gut Siegwein aber wir können die Haltestelle ausbauen das ist das Wichtige auf Stufe 5 oh was hab ich denn hier für Soundbugs gerade gehabt so Oma kriegt ein Ticket bitteschön ah da doch noch gerne kein Problem gehen wir mal aus der Sonne hier hallo ey tut mir leid ich glaube ich lüge hier voll Musik aufhören und das hinterm Fahrer ah ja Oma Schönen Tag Fahrkarten danke ja da haben wir noch einer wichtig jawoll sehr schön da haben wir doch schon mal ein bisschen Kohle wieder eingenommen so jetzt müssen wir noch mal schauen Marmios 1 38 er ist ja richtig übel ich weiß gerne wo ich hier so spät bin na gut ich hätte den Bus von dem NPC übernommen was hat er gemacht man weiß es nicht egal Schienleger Straße ist auch nicht so weit glaube ich naja gut rote Ampel ne da können wir jetzt nichts machen ne ja der Kollege hier mit der Route 7 ne Schienleger Straße ist nicht gestrichen ist gerade nicht so fahr mal ja alles klar fahr einfach mal durch die Ampel durch passt schon kein Problem für ihn Ampel und Laternen was ist das oh ne der fährt auch noch da lang oder ist schon wieder jemand eingeschlafen wir fahren aber auch wirklich Bus ohne Änderung ne so aus dem Weg so keine Zeit und da bin ich wieder Freunde jawoll auch hier bin ich mit einem CE-Feder geflogen ich könnte kurz das häuft sich jetzt mittlerweile aber echt richtig heftig ne bei den Games hier von Asteron also jetzt fängt das hier im Bus Simulator auch noch an oder was also hier haben wir ein Rädchen ne muss ich mal ganz ehrlich sagen also dann muss ich erstmal da nochmal hin geht hier gar nicht so wo sind wir denn jetzt wo waren wir denn gerade eben ich glaub nur eine Haltestelle davor ne wenn ich Glück hab ich meine ja wir waren jetzt am ich hab keine Ahnung Flüsterweg aber ich weiß es nicht egal wir fahren trotzdem weiter was haben wir denn jetzt hier fünf und halb Minuten nochmal Zeit um zur Sonnstelle Universität zu kommen ja hier gar kein Problem hast du schon im neuen italienischen Restaurant die haben tolle Salate und das beste Brot toll wir sind italienisches Restaurant Restaurant um Salat zu essen naja danke so dann schauen wir mal hier ab durch die Kreise kehren bügeln ey ich hab gelingt ich bin unterwegs ich hab sie du weißt schon die Handschellen du bist gleich ich dich auch uuuh er hat Handschellen geholt okay was hat der denn davor es dauert eine Weile aber es macht so viel Spaß find ich ja richtig nice ein NPC der mit seiner Perle oder keine Ahnung geliebten wie auch immer völlig egal er telefoniert und sagt umso Flüster ja ich hab sie die Handschellen lol leu ja da geht's wohl gleich half her mal gucken wo wir rauslassen wie dein Bauch kotzt mir hier nicht im Bus bitte er ist neu kann ich kotze Brocken hier nicht gebrauchen er muss ja nicht sein oh nein ich hab meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen oh spangen sie doch mal die Augen auf hab ich ich hab das Schlagloch gesehen und ja instant anvisiert alte Klappe so voll auch selber im Bus und schon wieder jemand eingeschlafen ja toll fahr ich echt so bescheiden ich geh nie mehr zu Fuß Busfahren macht echt total Spaß Bus State äh Busfahren Estate da bin ich immer gespannt ne ey ganz ehrlich das hat mich gerade so aufgeregt mit dem CE Fehler aber komischerweise habe ich das nur bei den Astragons Astragons Games ich weiß nicht was da los ist also egal ob das hier ist also hier jetzt das erste Mal aber muss jetzt auch nicht öfter sein Bausimulator Firefighting Simulator Police Simulator rüber habe ich immer wieder mal einen CE Fehler am häufigsten im Moment im Bausimulator leider was mich richtig annervt aber gut egal muss man durch da müssen wir durch vor allen Dingen hier gab es gar kein Update also glaube ich zumindest einziger Update was ich gesehen habe und was die Tage gekommen ist war ein Police Simulator davon war dass es da eine Verbesserung gab aber irgendwie habe ich auch das Gefühl das läuft gar nicht so richtig flüssig kann das sein? doch hier drin habe ich so das Gefühl dass er immer so einen kleinen Ruckler drin hat naja gut wir warten mal ab schauen mal ach guck an da ist doch schon die Haltestelle oh da sind wir doch 2 Minuten zu früh perfekt läuft doch und ist das nicht sogar die Haltestelle die nur eine Route hatte ist noch besser können wir die nämlich auch mal direkt leveln hier wo laufen wir alle hin? Hallo hier ist der Bus naja doch nicht wer nicht will ne ach so warte mal da war noch einer eingeschlafen wer ist denn hier eingeschlafen ist sogar keiner ah hier hallo bitte schön aufwachen und tippen rein na klar ja gerne so schönen guten Tag weil das halt ein Student oder vielmehr Studentin danke gerne kein Problem kann ich mir gar nicht vorstellen so der Rentner hier kriegt ein Wochenticket bitteschön und oh gut auf uns sehen gut auf uns sehen der Mautnerhof Freunde den wir wieder leveln müssen boah es wird auch wieder so ein ewig lange Fahrerei ne Sonnstein auf Level 4 zu kriegen wobei bei 3 sind wir ja schon ja 10G Busse ja gut ok da muss ich noch was hab ich gesagt 4 Stück glaube ich kaufen ja das wird jetzt nicht so lange dauern ich müsste eigentlich mal diese ganzen Aufgaben machen um mal weitere Vollverklebungen zu bekommen weil nervt schon ein bisschen immer die gleichen zu haben ja gut wir gucken mal wir könnten auch nochmal das bei der einen Route da mit dem Creales 18 versuchen ich glaube Route 9 war das wenn wir die nochmal fahren vielleicht klappt das ja mit dem zweiten den wir da drauf gesetzt haben war das schon ärgerlich wenn man da die Aufgabe gemacht hat und es passiert nichts so naja gut wir gucken mal können wir ja vielleicht in der nächsten Folge mal machen oder sowas im Planetarium gibt es diesen Monat eine tolle Ausstellung ich wusste nicht dass es auf den Planetarium ist wobei andererseits die Route hier würde ich auch eigentlich gerne mal komplett fahren ne was haben wir hier 12 Haltestellen ja kann man machen ne der Mountnerhof der Mountnerhof ja ne richtig geil voll drauf gehabt und zack und Spielschock so alle drin oh na klar na hier bitte hier ist die Fahrkarte und hier ist das mir leid sie heißt Maunzi hier bitte zack hier überall Tickets kontrollieren jawoll sehr schön hab ich denn ah ja mhm ich muss sie verloren haben mhm 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 求 mhm mhm wir wurden Oh, ist auch mal interessant, hier die Strecke mal raufzufahren, nicht runter. Tja, Perle, ich denke, ne? Sie dachte, sie sehen sich morgen. Leider nein, leider gar nicht. So, was haben wir denn als nächstes? Sonst denn Hauptplatz? Na, ist schon echt übel lang, ne, die Strecke. Aber gut, was soll's. Ich glaube, ich habe gerade den Ufo gesehen. Der Ufo gesehen. Na dann. Auf geht's, fünf Sonnenstern, hoppla, super. Der da vorne kommt. Ich bin echt mal gespannt, wie lange wir brauchen, um hier Sonnenstern hier so auf Level 4 zu bekommen. Oh, ist halt auch eine ganz andere Nummer, ne? Na gut, wir schauen mal. Jawohl, Altstädte, komm mal, ausbauen. Perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Ich brauche eine Fahrkarte. Kein Problem, kannst du haben. Bitte schön. Oh, war's jetzt mal auch viel zu früh, oder? Und Abfahrt. Erst bin zu spät, dann bin ich zu früh. Die Müller-Gasse. Oder Müller-Straße. Haben wir auch schon öfters mal besucht. Gerade den letzten Folgen. Sonst hätte es gerade richtig Programm. Was noch so ganz cool wäre, wäre so eine Kilometer-Anzahl zeigen, wie weit man es noch ungefähr bis zur alte Stelle hat. Bis zur nächsten. Das wäre schon nicht verkehrt. Ja, moin. Wow. Oh Gott, die Kurve habe ich nicht mehr gekriegt. Okay, so schnell länge ich dann doch nicht. Alter, ich habe sechs Minuten Zeit. Wie lange brauche ich denn bis dahin? Wahrscheinlich aber keine sechs Minuten. Na, ist egal. Dann machen wir, würde ich sagen, hier ein Folgen-Hende. Schauen wir mal, was uns hier noch erwarten wird. Machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Oder vielleicht auf dem Kealis 18 mal gucken. Wir werden uns sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Und ja, ansonsten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, postlos, abonnieren. Danke dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.